Hallo zusammen, spätestens bei dieser Aufgabe hier, stellt eine Gruppe von 8 Personen zusammen und betretet Lasals Heiligtümern. Wird man ja hier hingeführt zu diesem Portal und spätestens hier hat man die erste Berührung mit der Kampfwertung. Und wenn man dann hier, und da habt ihr vielleicht auch das Problem wie ich, wenn man hier reingeht, dann sieht man empfohlene Kampfwertung 420. Es ist rot, da ist schon mal ein Anzeichen, dass meine wahrscheinlich nicht hoch genug ist. Aber selbst wenn ich hier auf Plünderung gehe und dann Plünderung auswählen, dann sehe ich hier die verschiedenen Plünderungen. Und wenn ich da jetzt reingehen möchte und einmal auf Betreten klicke, dann steht Kampfwertung zu niedrig, um da mitzumachen. Nun ist die Frage, und ich habe mir einen Wolf abgesucht, wo sieht man denn die Kampfwertung? Und die Kampfwertung, die sieht man einmal im Kodex und dann geht man auf die Errungenschaften und dann geht man auf Welt von Anfang an. Und dann hat man hier als erstes dieses Offensive und Defensive Attribute und dann hat man darunter die Kampfwertung bei mir 392 aktuell. Direkt darunter steht auch, wie ihr stärker werdet. Hier zeigt uns das Spiel, welche Maßnahmen man treffen kann, um stärker zu werden. Und einige davon werde ich euch jetzt zeigen. Hier ist auch immer jedes Mal eine Einschätzung. Hier bei mir zum Beispiel Ausrüstung aufwerten. Meine Wertung schlecht. Und da kann ich natürlich was dagegen tun, die Ausrüstung aufwerten. Wir testen das Ganze mal ein bisschen. Ihr seht hier, ich habe 392 und nun habe ich ein neues Item und zwar hier einmal den Beinschutz. Wenn ich diesen jetzt anlege und hier natürlich alles übertrage und dann mir die Wertung nochmal anschaue, dann habe ich 395. So, ich bin nun auch zum Schmied gegangen und werde mein Gegenstand oder meine Items nochmal ein bisschen weiter auswerten. Und dann nehme ich auch jetzt hier den Beinschutz und werde den mal aufwerten. Jetzt ist er Rang 4. Und jetzt schauen wir nochmal in den Kodex rein. Und jetzt habe ich eine Kampfwertung von 399. So, ich hoffe das Ganze hilft euch. Ich habe sehr lange gesucht, wo ich den Kampfwert sehe und wie ich ihn auch aufwerten kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like, Abo da lasst und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!